Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum aktuellen Wochenjournal von Ihrem ReQTV. Ich hoffe, Sie haben Pfingsten gut verbracht. Vielleicht waren Sie sich auch beim Pfingstschleppertreffen mit Mühlentag an der Neuholländermühle. Auf einige Impressionen von diesem Fest und auf folgende Themen dürfen Sie sich heute freuen. Positiv, eine Reise durch die Welt der Zauberkunst. Informativ, LMPV sichert die Böschung an der Hochkippe Borna-West. Aktiv, Große werden wieder klein, ein Beitrag vom SchülerTV. Und Superlativ, 200 Aussteller und 2000 Gäste beim Pfingstschleppertreffen an der Neuholländermühle.